Hallo, ich bin der Grumpy, im bürgerlichen Leben der Marc Oliak, einer von den 20 Piraten im Landtag Nordrhein-Westfalens. Ich bin ja auch Mitglied im Petitionsausschuss und der Michel Marsching ja auch, M. Marsching. Und wir haben uns so gedacht, im Sommer, wenn relativ wenig los ist, dass wir das Petitionswesen, die Petitionen an und für sich, einfach mal den Leuten in Nordrhein-Westfalen noch ein bisschen näher bringen. Und da haben wir uns gesagt, machen wir doch mal so eine Tour, eine Pirate Petition Tour. Bei der Pirate Petition Tour geht es darum, wirklich zu gucken, dass man jetzt nicht nur Piraten, sondern eigentlich mehr oder weniger also wirklich die Bürger nochmal zusätzlich darüber informiert, was ist eine Petition, wie funktioniert eine Petition. Dieses Ding hat nichts mit Wahlkampf zu tun, finde ich, ist meine persönliche Meinung, weil die Information sozusagen, dass der Bürger alleine eine Petition einreichen kann, sobald er Probleme mit Behörden hat, finde ich, ist so wichtig, das ist absolut überparteilich. Und auch im Ausschuss, die Arbeit, finde ich ganz ehrlich, dahingehend großartig, weil es auch einstimmig beschlossen wird. Also alles, was der Petitionsausschuss am Schluss verabschiedet, geschieht einstimmig. Und solange das nicht möglich ist, wird es weiter diskutiert. Was ist eine Petition? Eine Petition? Keine Ahnung. Ja, gehört davon schon, aber was das ist, weiß ich nicht. Das ist mir nicht bekannt eigentlich. Nee. Jetzt nichts auf Anhieb. Okay, aber so Unterschriftensammlungen selber auch schon mal irgendwo gesehen oder mitgemacht, so große Unterschriftensammlungen? Ja, wir haben damals selber Unterschriften gesammelt für so eine Skateboard-Anlage bei uns in der Stadt. Jeder Bürger Nordrhein-Westfalens hat das Recht, eine Petition bei einem Behördenproblem direkt im Land einzureichen. Sie haben davon noch nie gehört? Nein, nein, ist mir neu. Von daher finde ich also auch diese Tour eine relativ schöne Idee. Und ich hoffe, dass sie dann auch entsprechend angenommen wird. Die Tour startet am 19.8., geht bis zum 23.8., also fünf Tage, zehn Städte. Unter anderem Minden, Bielefeld, Rheine, Münster, Dortmund, Essen, Köln, Bonn, Eschweiler und Aachen.